Die braucht noch mal eine starke Normal-Attacke. Oh, ein Barras. Ein Pilzkäfer. Boom. Tschüss. Eigentlich könnte man Huthut einsetzen. Kann die EP ein bisschen besser gebrauchen. Das war sowas von. Ja, die Meier hier. Yay, TM02. So, Kopfnuss. Ja, 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 okay. Ich möchte Kopfnuss. Bestenfalls Mio erlernen. Kann sogar, sehr schön. So, ja, ich will es erlernen. Tackle, du Häuler. Hm. Nein, theoretisch kann Tackle weg, ja. Yay, Kopfnuss. Einmal dran wackeln, komm. Wenn direkt ein Tanzer kommt, dann rast dich aus. Nichts. Wah. Dang. Wie gesagt, wenn ein Tanzer das erstes kommt, dann rast dich, wie gesagt, aus. Dann fange ich mir das an. Dann denke ich nur richtig scheiß Regeln. Hey. Wati ist wahrscheinlich zu klein. What the heck. Ja, da muss doch jetzt was kommen. Jetzt. Ein Tanzer, Shiny. Please, what the fuck. Hallo. Oh boy, was ist los? Als ob da jetzt nichts kommt. Wow. Das Spiel scammt mich gerade. Wow. Krass. Klappt gut. Damn. Ich hoffe, willst du noch nichts machen? Komm schon. Wow. Komm schon. Wow. Noch einmal, dann hör ich auf. Fick dich. Sorry. Aber, what the fuck. Wie oft habe ich jetzt dran gewackelt? Zehnmal? Kam nichts? Das ist echt scammt. Das Spiel scammt mich. Hätten wir ja noch jahrelang gegen klopfen können gegen das Ding. Da wäre ja niemals was runtergekommen. Hey, hole tut er. Wer tut er denn? Er hält 50 GP. Wow. Damn. Ein Pokémon. Ja, komm. Duf, duf, duf. Wow. Jetzt kommt einfach echt nichts. krasser Scheiß ey, waaah mirabler schnablette schnablette oh man ey das ist eine Scheiße ja mirabler und tschüss komm, hier jetzt ach komm, wenn ich so was geh dann halt nicht holen wir uns noch Lockduft und fertig so und jetzt lass mich in Ruhe ja lass mich in Ruhe endlich danke erstmal die Number von diesem Aromagirl holen oh ein Abra ein Abra boys da ist ein Abra wenn ich's kriege dann bin ich todesfroh nach Scheiße tschüss Prust rr jah Ich versuche es aber nur noch einmal Wow, danke, gut, da wurde ich mit bestraft, kann ich mit kleben, okay Das habe ich verdient Das habe ich einfach verdient Oder vielleicht ein paar, nee, nochmal lade ich es nicht Hups, bruss Hups, bruss, cute, cute Schnablite Wow, das hat ganz schön viel Epi gegeben Da ist die Reoma Lady mit ihrem Widersamen Ich will sagen, geben sie mir deinen Widersamen Erstmal Cheat aktivieren und dann das Pokémon vom Trainer fangen Dann das dieser Samen gehören und abhauen Das wäre doch mal eine Idee Okay Yay Hoot hoot, OP Yay Also nochmal zwei Trainer Sehr gut Also Das Glück ist mir Holz Wir probieren uns noch ein weiteres Mal aus Kommt die bald los Ach, scheiße Tschüss Ach, shit, ey Who toot But that Pikachu meine ich Let's snooper So, hier Schnabel Oh Ja Kann man machen Können auch wechseln Steinwall Oh, das hat gut Schaden Oh, hier ist bis schon Oh Hier ist bis auf jeden Fall schon eine Unlichtattacke Das ist schon mal gut Stimmt, weil hier Silbergoldkristall Ist ja Der Typ schon mit reingekommen Stimmt ja Yay Und noch ein Trainer Und noch ein Trainer Zeig mir ein Hohoho Matur und ein Mankey Yay Mankey Gut Gut Hör weg Du Monkey Wow Wow Lass das mal sein Hier Yay Ein Diktor Aber ich hab Könnte mit Grünzeug Mal versuchen Wobei, ne, Grünzeug ist fast K.O. War jetzt nicht so der klügste Move, den ich jetzt gemacht habe Aber hey, ich kann's probieren Das hat der Absorber Aua Aua Einfach mal ein Leben verschenkt Kann man auch mal machen Ach, fuck Ist das wieder so ein Gegner, wo ich keinen Bock habe Wobei, wenn ich mit Hutgut weiterkämpfe Easy Easy life Intensität hat in mich keine Wirkung Du Affe Aber der hat noch Kratzer Ich hab Lehmschelle Damit schelle ich dir jetzt erstmal eine Normliche Kelle Leben auf deinen Schäden Aua Hey, wieso trifft der noch so Gut Auf jeden Fall haben wir uns da gerade eben für Der Grünzeug hat einfach ein Leben verloren Geil Hueh, hueh, hueh We are level up Tim, trim, 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 trim Yay Scheiße Kommen wir schon an Bleeds Geben sie mir Oh, ein Enton Das kann dein Mio kaputt machen hier Mio Macht's mal K.O. Bleeds Oh, ich krieg ein Fahrrad jetzt Stimmt hier Der ist das Fahrrad jetzt Oh, nice, ey Oh, ich hätte dir eine reingehauen, ey Hätte der mir jetzt Donnerschock weggemacht Sehr gut Yay Camper Bodo Lalalalalalalala Gibt mir deine Nummer hier Hehehehe Das muss ich auch noch bei den anderen machen Merke ich so gerade mal Das fragen die nämlich nicht alleine Dum, 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 dum Dankeschön Dankeschön Von dem Cracker da unten weiß ich auch, dass er noch die Nummer hat Dann halt nicht Dann lass mich in Ruhe Dum, 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 dum So Dann würde ich sagen Ich glaube jetzt brauchen wir doch Zerschneider egal Nehmen wir einfach mal mit hier Ich hole mir mein Fahrrad Ich hole Fahrrad Aha Blalalalalalalala Geben sie mir Fahrrad Oder ich boxe dich zu breit Gib es her Oder ich werde ganz schön Ei Keine Ahnung Äh, ja Ja, ich will Fahrrad machen für dich Ja, gib her Ja, leih es mir Ich gebe es dir nie wieder zurück Danke Danke, 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 danke Ich muss schon teruere jetzt Ich muss mich mit meinem Fahrrad fahren Aaah, wundervoll Fahrrad Dum, 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 différaad Fahrt fahren macht so viel Spaß